Moment, was hab ich jetzt gleich? Du hast ne Axt. Das ist die Pickaxe, nämlich. Haha, okay, deswegen. Okay. Vielleicht ich wieder? Okay. Go, go, ich weiß nicht, kein Wort. In der Fall wusste ich mich selber nachher. Oh, hier ist was. Waren wir hier schon? Ich hab keine Ahnung. Oh Gott, du bist dran, Schwaldi. Was, ich bin dran. Da ist ein Zombie, hallo. Wo ist der Zombie? Ah, da. Ich seh ihn. Ich seh ihn. Alter, der lebt noch. Schwaldi, mach doch mal was. Der lebt immer noch. Alter, wieso? Zwei Pfeile? Wie viele Pfeile kriegt der eigentlich ab, Alter? Das war noch der Lipsch. Schwaldi. Ernsthaft? Ja, chill. Du hast ne Pfeile im Kopf. Ich hab ne Pfeile im Kopf? Du hast Pfeile im Kopf. Okay, mach nur Licht. Warte mal, der greift eh nur dich an, ne? Was hat er? Hat er drin, ich will auch sehen. Large Wood Storage und Cloth hat er drin. Oh nein, wie viel Cloth stand? Zwei Stück. Schon, naja gut. Eigentlich ist es hell genug bald, ne? Ja, ich mach mal schnell, ich craft mir schnell ein paar Pfeile, ne? Okay. Guck mal hier drin, ob hier drin was war. Scheinbar nichts. Ich bin jetzt halt ein bisschen langsam. Ne, da müssen wir die Tür aufsprengen. Mit Dinamit oder so, glaub ich. Ah, okay. Ah, war da weh? Ich bin hier langsam. Ja, ja, ich geh nur in das Haus hier rein. Geht's hier wirklich rein? Ah, da. Wo ist die Kiste? Wo ist es drin? Kiste. Äh, Flair. Ja, das hab ich auch. Gut, das Ding ist irgendwie nicht so nützlich. Da vorne, da war ich am Anfang, oder? Da gibt's echt geiles Looter. Oh, äh, viel Klamotten. Also acht Stück. Schon nicht wenig. Und hier hinten gibt's... Darf mal hin rein? Ja, da war ich vorher, glaub ich, drin. Das war, glaub ich, das. Da hat's viele Zombies. Da muss man aufpassen. Ja, warte mal. Ganz langsam. Verdammt. Wie ist es da durchgekommen? Äh, Blood Rocket? Okay, was ist das? Oh, Anti... Äh, äh, äh... Blood Rocket hab ich. Und Large Medicate hab ich gefunden hier drin. Aber auch noch wegen, wegen Radioaktivität, die Pillen. Da hab ich auch noch. Da kommt ein Zaum wieder hinten. Habt ihr's gesehen? Erstmal leuchten. Warte, warte, warte. Geh grad bitte. Er ist turntausch. Okay, vergiss. Du hast den gewonnen, hättet? Ja. Mit Kopfschuss halt. Pickaxe hab ich nochmal. Ich nehm nochmal mit die Pickaxe. Kann ich danach lagern. Die ist Radioaktivität. Ja, ja. Mein Gott, die ist grad ziemlich heftig hier. Die ist ganz schön heftig. Die... Lass rausgehen, oder? Ne Kiste. Ja. Mach halt noch. 500 darf sie es werden, also. Flair, Gun, Munition. Äh, die geht schon ganz schön nach oben. Ja, ja. Lass uns rausgehen. Stirbst du nicht instant. Du willst ja zuerst leben, also. Ja, ja. Na, ich hab mir so ne Pille geslubbt. Warte mal. Da ist noch ein Zombie. Ich glaub der rennt uns nach, oder? Ja. Verdammt. Ja. Die ist auch mit One-Head. Einmal. Dann, Pau, du willst du das haben? Dem hab ich schon. Auch nicht mehr viel Platz. Irgendwann mal ein Lager aufmachen. Ja, kannst du das mir geben. Ich hab dich erwähnt. Ich hab schon aufgenommen jetzt. Okay. Da vorne sind zwei Zombies. Ich töte die mal. Verdammter Leben. Hab ihn. Oh, Klamotten. Kann ich mal ein T-Shirt machen, ey. Wenn ich jetzt vertagt wollte. Vertagt. Garnpowder. Noch mehr Garnpowder. Dann nimmst du mal mit. Wollen wir noch mal rein? Hier, oder? Warten bis Tages noch irgendwo? Ja, ja. Dann hab ich ihn noch ein bisschen auf dem Scherp noch auf dem Vorbein. Macht er schön, schau dich. Immer weiter. Immer weiter. Wie mach ich manchmal ein T-Shirt? Warte mal. Ich mach mal ein Craft ein. Oder ein Helm? Das ist die Wahl. Helm oder T-Shirt? Oder Hosen? Ich mach mir jetzt mal ein T-Shirt. Ich hab ein Large Medikids. Hier ist 100 live. Also das halte ich vor gleich. Drei Stück von denen hab ich. Hosen. Mit kleiner Ration hier. Aber Water braucht man doch gar nicht. Also so, weißt du, so... Was? Wasser an sich braucht man ja noch gar nicht. Äh, was bringt... Was braucht ihr Wasser eigentlich? Macht das irgendwas? Naja, wie in welchem Leben halt auch, ne? Okay. Aber hier ist halt momentan noch nichts da. Oh, ich hab ein T-Shirt an. Guck mich an. Was? T-Shirt. Wow, das ist ein T-Shirt. Ich auch, ne? Du auch, ja. Du bist auch Shaq-Shirt. Warte, ich bin hinten! Lass reingehen. Okay, lass uns reingehen. Warte mal, will sie auch Pillen haben? Warte mal. Ich hab Pillen, ich hab Pillen. Achso, ich consume mal. Oh mein Gott, ist das viel... Oh mein Gott. Ich hab anti-radiative Hosen gefunden. Wow, wir haben das dann! Anti-radiative Hosen. Oh, Pillen fressen. Gunpowder. Und... Ich muss hier weg, ey. Ich muss hier weg. Ja, ich muss auch auf. Erst mit Pillen ist das extrem schwer. Oh Gott, ey. Gibt bestimmt viel Loot da drin. Ohne Scheiß. 488, ich 500, ich will hier leben. Ah. Was haben wir? Warte, warte. Hab ihn. Da, ich hab jetzt, ähm... Oh, so ist das. Paper hab ich gefunden. Paper und nochmal nen Flare. Na ja, gut. Radiation plus 40 gibt das dazu. Der Arsch geil eigentlich, oder? Ja. Sieh sieh an, Alter. Oh Gott. Oh, sieh... Oh, du hast die grüne Hose, Alter, Schwarty! Bleib mal stehen, wenn ich mal ein Foto mach. Du bist so sexy, grad mit deinen grünen Pants, ey. Oh, du bist so sexy, Schwarty. Was bringt er echt das? Use to extract your own blood. Perhaps to make a medikit. Okay? Okay. Hm... Oh, weitergehen wir doch nochmal rein hier. Alter, nochmal rein. Ich bin... Ich hab... Ich hab... Wir haben noch 200... Geh mal nach links. Ich muss wieder raus, ich hab immer noch 300. Warte mal. Ah, mach du Schwarty. Du schreibst das. Ich hab nur noch einmal Anti-Red. Dann hab ich gleich noch mehr. Ich hab noch dreimal, aber trotzdem. Ich warte bis ich bisschen weniger hab. Ich hab noch 190. Ein Zombie? Ein Zombie-Doktor mach ja mal am Boden. Vor allem, wie du den Bogen noch für eine Pistole hältst, ne? Ja, ja. Aber auch daneben. Oh, Papier nochmal. Oh, Metal-Fragments, nice. Schüsse hab ich eigentlich noch. Ja, ich hab auch nur ne Hose-Graft noch. Beziehungsweise nen Helm? Machen wir mal nen Helm. Hast du schon... Du hast schon ne Hose, oder? Die Hose hab ich doch nicht. Das ist nur diese Standard-Hose. Ja, dann nimm... Meine. Oh, klar. Nice. Ich habe... Ich habe die Anti-Red-Hosen. Ich bin zufrieden. Ich hab deine Hose gerade angezogen, Schwal. Stimmt, die sieht jetzt so anders aus. Ich bin so Shack-Shit. 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 Schuhe... Schuhe will ich noch haben, man. Ja, Schuhe. Ich kräfte mir so schnell Schuhe. Ich kräfte mir grad nen Helm. Will ich erstmal Schuhe kräften? Weil ich weiß nicht. Hahaha. Ne, das ist wichtiger was. Alter, wenn jemand von hinten kommt mit nem Pfeil und Bogen und so schick. Was gibt's eigentlich mehr Steps? Der Helm gibt mehr, glaub ich. Glaub schon, ja. Plus 10 Stamps. Wie seh ich auch schon? Das schau ich aus. Schau mich an. Alter, du hast so nen Scheiß-Ding, so auf so'n paar... Ähm, so'n... Sieht aus wie ein Terrorist oder so. Hahaha. Ich bin gern Terrorist, Schuhe. Warte, ich kann nachher... Ne, ich vergewaltige die Schwachen und gib's den Reichen. Warte, warte, warte. Als wenn ich Klaus... Warte Terrorist dich an. Haha. Auf jeden Fall. Warte, welche brauche ich für nen Helm? 5, ich hab keine mehr. Also, ich geh noch mal rein hier. Viel Glück, Schuhe. Ich geb Rückendeckung. Da war ich eigentlich schon. Ich muss hier nach links. Gehen wir nach links, ja. Waren wir hier drin schon? Äh, links war ich noch nicht, ne. Oh mein Gott, geht das schnell hoch. Ja, ja. Ich glaub, schufzt euch das Gebiet hier. Nächstes Land holen. Nächstes stirbst. Oh Gott, ich muss raus. Geh raus, komm Schuhe. Geh raus, Schuhe. Renn einfach, einfach renn, du Schwuchtel. Run for us, run. Wo bist du da schon? Wir wollen ja leben. Oh Gott, da kommt nackter Mensch. Ne, der ist nicht nackt. Okay, der kann leben. Komm, lass uns nachher nach rechts gehen, oder? Puh, puh. Wo ist immer jetzt eigentlich wieder richtig? Oh, ich verliere es halt. Ich hab 622 gehabt. Bis erst mal Autos gibt und so weiter. Das ist bestimmt ein Arschgeil da. Fährst mal so'n Bucky rum. Haben sie gesagt, dass sie auch das machen wollen? Ja, auf Flugzeug, Helicopter. Ja. 70 Leben noch, das ist halt easy. Das geht easy aus, ja. Ich will jetzt halt die ganze ein bisschen leben, weil ich noch Radiation hab. Nö. Jetzt schon wieder Radiation? Oh, wasch. Ich würd's erst mal den Halten wegkriegen. Ich hab noch 500, so. Geh auch noch ein bisschen weiter auf der Straße, ne. Ja. Erstmal ein Fleischstöckchen, das müssen wir ja leben bekommen. So, hab ich. So, komm, hier haben wir. Oh, komm! Oh, komm! Wie wär los? Alter, trall da mal? Oh. Oh, komm... Ich hab weiter gehört. Oh, komm! Oh, mach dir eh schon mal drin! Oh, schrot, 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 schrot. Was bist du? Ne... Das ist die Straße. Ich seh dich nicht. Schwordi? Ja? Hörst du mich hingehen? Nein. Schwordi, Schwordi. Bist du so weit nach vorne gerannt? Ich bin für die Straße lang gelaufen. Ja, ich bin jetzt auch durch die Straße entlang. Da vorne ist irgendein Block auf der Straße. Bist du schon weiter gelaufen als ich, oder was? Kann sein, ich weiß nicht. Hier vorne ist ein Haus auf jeden Fall. Ja, du bist weiter gelaufen. Ich bin doch hier und dachte, du bleibst erstmal zurück. Bin ich nur ein Stück hin nach vorne. Okay, ich dachte, du bist vorhin nach vorne. Nein. Da war es halt da vorne, oder? Ja, hier hat jemand einfach einen Shelter mitten auf die Straße gestellt. Wie war denn, bist du schon nach vorne gelaufen, ne? Ach, da ist er gestellt. Okay. Ja, dort bin ich. Was ist das hinten links schon drin? Ne, noch nicht. Geh da mal rein. Na, ich hau hier mal ein bisschen Steine weg. Also, wo wollen wir jetzt eigentlich unsere Dings bauen, ne? Können wir uns auch noch wissen. Eigentlich irgendwo jetzt einfach so. Egal mittlerweile. Oh, Amor? Das ist ein Schwein, Alter. Da hab ich jetzt Angst gehabt. Ich hab was ich schritt, ey. Dummes Stück Schwein hier. Okay, ja. Trust me. Okay. Ja, hm. Das ist in die falsche Richtung gelaufen. Hä? Komisch aus. Wo bist du jetzt? Ich bin gerade das Schwein am töten. Ich bin bei einem anderen Haus. Da ist auch noch ein Haus auf der anderen Seite. Echt? Ja, wo bist du jetzt? Bist du bitte zu dem Depot gegangen? Oder bist du zu dem? Bei dem, bei dem Shoppen noch. Warte. Warte, ich bin hier auch bei einem Haus. Und was hier drin ist. Right away. Mit dem Stück. Da ist noch im Shoppenhaus noch mal weitergehen, ne? Warte beim Shoppen mal. Und was haben wir hier? Da haben wir einfach leer. Da. Wispenschuppen. Also die sind Metallschuppen, meinst du schon, ne? Ja, die sind mit auf der Straße, ne? Aha, dort bist du. Bei der kleinen Unterkunft. Okay, ja, ich kann mal gleich. Ich habe den Ofen kaputt gemacht, Schwady, weil ich gemein bin. Kannst du ihn kaputt machen? Ich habe ihn kaputt gemacht. Da bin ich. Wo bist du? Schwady? Bist mir. Ach, da bist du. Wollen wir weiter hier lang gehen? Ja, ne? Ja. Ja. Irgendwo müssen wir es dann irgendwie unser Haus aufbauen, ne? Ja, ich weiß ja, ja. Am besten da wohl die saftigen Wiesen waren. Die saftigen Wiesen. Aber am besten ein bisschen absetzen, damit man es nicht so schnell findet. Ja, auf jeden Fall. Wollen wir hier hinten lang laufen? Jetzt hier? Hier rechts? Ja. Ja. Da sind wir dann Felsen vielleicht rein sogar. Also nicht hier, sondern dahinter. Kannst du hier hoch? Naja, hier noch nicht. Da wird es ja offensichtlich, oder? Wenn eine Straße ist. Ja, stimmt. Kann man hier hoch? Warte mal. Ich bin auf dem Felsen drauf. Wollen wir oben drauf? Kann man da oben drauf fahren? Ich weiß nicht. Ja, schon arschgeil, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube es geht nur auf, ähm. Auf, auf. Ebenen. Auf solchen Stellen, ja. Wir können aber hier hoch, weil lassen wir mal hier hochgehen. Kann man hier hochgehen? Ich glaube da oben kann man bauen dann. Ich habe nämlich so, so irgendwo oben auch schon mal ein Haus gefunden. Okay. Werden uns Haus nie mehr finden, wenn wir es mal fertig gebaut haben und weiter weg gehen. Ja, gut versteckt dann. Hier, hier. Wollen wir es hier bauen? Eigentlich schon, doch, ja. Ist doch schön, oder? Wollen wir hier erstmal einen Shoppenwenden machen für die Nacht? So einen kleinen? Ja, nur so einen kleinen Shoppen. Ja, kann man machen. Ich fang mal an, Dings zu craften. Ähm. Grundsteine. Okay. Also ich brauche zuerst mal... Wood Planks. Kann ich so schuppen schonmal? Wollen wir mal so ein bisschen gemütlich machen. Ich meine Feuerstelle und alles rein, nur für den... Ja, erstmal so, ne? So. So. Äh... Crafting. Campfire. Craft. Large... Äh... Spikewall. Okay. Spikewall. Machst du mal die Pfosten, ne? Also, wie groß rum wir unser Haus eigentlich machen. Ja, auf jeden Fall nicht so klein, ne? Äh... Wir können ja von hier, ne? Äh... 3x2. Ja, du weißt schon, dass wir dann recht viele Ressourcen brauchen. Ja, ja und? Ich meine, wir haben ja jetzt Zeit. Nicht viel zu tun. Ja, also wie... Äh... B-b-b-b... Mach ich mal eine Feuerstelle hin, ne? 3x3 ist guck ich okay, oder? Ja. Also dann machen wir jetzt mal... Machst du mal Pillars? Dann brauchen wir... Jedes Ding Pillar. Nehmen wir mal Foundations. Brauchen wir... Was? Ach... Äh... Wieso hab ich keine... Wood Planks? Achso. Ich hab doch jetzt gerade Wood Planks gecraftet. Äh... Die Wood Planks sind, die ich gecraftet hab. Sind jetzt aber weg, weil ich keinen Platz hatte im Inventar. Lass mich verarschen. Und was sind denn die Wood Planks überhaupt? Pfff... Hey, finden die Wood Planks nicht, was sind denn die? Äh... Unter das zweite Menu, unser Survival Resource. Ach da, Wood Planks. Ah, okay. Ich hab jetzt Wood Planks gecraftet und ich hab sie nicht bekommen, weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Weißt du was, ich mach jetzt mal ein paar Kisten, okay? Wieso brauchst du... Wieso zuerst Kisten? Ja, weil mein Zeug rein du, weil dein Inventar voll ist vielleicht. Ja du... Ja, aber dann... Ja... Ja, weißt du... Bei einer Kiste kommt dann mit ein bisschen Zeug rein du. Zum Beispiel die Armour brauch ich grad eh nicht. Ja, voll die Verarschung. Ich hab jetzt über 100 Holz verbraucht für nix. Ich hab jetzt einfach mein ganzes Holz verbraucht für nix, weil... Weil ich keinen Platz im Inventar hatte. Liegt's vielleicht unter dir? Ja, hier liegt nix rum. Okay. Ich hab mal ne Kiste gemacht. Ja, das ist ja auch noch ein Bug, ja? Wahrscheinlich. Hier ist ne Kiste drin. Dann mach ich mal meine Wasserflasche rein. Die Pick-Ecks, ich brauch nur einen davon. Ja, dann mach ich auch mal das nächste Mal rein. Da ist irgendwas am Boden geschmissen. Entschuldigung, da ist ein Pack-Ecks, ne? Das brauch ich mal hier. Ne, die brauch ich nicht. Äh... Gallenpool mach ich auch erstmal hier rein. Ähm... Machen wir hier auch einfach noch mal Kiste und stell sie nebendran. Oh, ich hab keine genug Holz für ne Kiste. Hä? Soll ich noch eine Kiste machen vielleicht? Boah, ich mach's einfach die gleiche Kiste, oder hast du keinen Platz mehr? Eigentlich da hast du noch Platz mehr. Ja, dann mach ich jetzt sicher mal meine zweite Pick-Ax rein. Dann mach ich... ...Multi-Lodge-Storage-Dings rein. Das ist so... ...Wood-Blanks mach ich erstmal... ...Kraft-Eck mal 10, ne? Obwohl mach ich mal 5 von meinen Betragsgefahren. Kraft-Eck. Er zieht schnell, ne? Ja. Brauchst du auch viel. Naja, gut. Aber hier 5 Wood-Blanks, ne? Den nächsten Haus bauen willst. Wie viele Wood-Blanks bräuchtest du da? Also musst du da wirklich lange für warten? Ich weiß es noch gar nicht. Muss ich mal schauen. Äh... Du brauchst für ein Foundation brauchst du sicher mal 8 Wood-Blanks. Ha, dauert schon ne Weile, ne? Und dann brauchst du... Und du brauchst dann mehr Foundation, weil ein Foundation ist halt einfach so ein Block. Wie groß ist der Block? Ungefähr... ...Meter auf einen Meter, würde ich mal sagen. Achso, das gibt keine Blöcke? Also es ist keine Wokse-Welt, ne? Nene, keine Wokse-Welt. Nene, es ist keine Wokse-Welt. Die hat jemand auch schon angefangen mit dem Haus hier unten. Hier ist einfach ne... Hier ist einfach so ein Grund geworden. Und das... ...das... ...bauen ist auch nicht Wokse-Base, oder so, ne? Eigentlich nicht, ne? Ne. Achso. Also ist es quasi bei Seven Days to Die so ein bisschen. Ja, besser so. Äh, es sind keine Blöcke, es sind einfach, ähm... Ja, okay, Seven Days to Die hat auch keine... ...andere Blöcke. Das hat schon Blöcke, stimmt. Ja, das hat schon Blöcke, aber es ist halt, ja... Ja, ein bisschen wie Gary Spotter, weil wenn man so ein Metall-Ding nimmt, ne? Und dann... ...hin pflanzt. Du hast halt wirklich ganze Gegenstände, die du hinstellst. Genau. Eigentlich schon ganz geil. Es muss halt mehrere Optionen geben, dann komm ich später vielleicht auch nutzen. Äh... ... ... ... ... ... ... ... Der hat zwei Metal Doorways dabei. Was? Der hat zwei zwei Zorn wieder dabei gehabt. Ja, ja. Aber wir haben jetzt ne Metall, ne? Tür, die ich bauen kann. Ist doch geil. Das ist auch geil sogar. Wie will der die tragen, ne? Das ist ein fucking Zombie. Ja, okay. Wie willst du's tragen? Ja, wollt grad sagen. Die hat auch schon jemanden ein Haus gebaut. Wir haben Nachbarn was. Ja, egal. Ich mach mal ein paar Blanks. Wie viele Blanks brauchen wir? Erstmal vier, ne? Äh, ganz viele. Gut. Mach ich sehr. Vier reichen nicht mehr für ein Teil. Warte, wie viel kriegst du aus einem raus? Glaub ich, ein Plank, ne? Oder sind's... Erstmal was essen. Craften und essen. Ist nicht schön, das Leben. Kleinen könnte schöner sein. Ich crafte auch noch mal ein paar, während ich hier unterwegs bin. Scheiß auf schnell rennen. Ja. Gut, Planks. Glück. Kräften. Holz haken. Ich hab Woodblanks, ne? Ich hab Woodblanks, ne? Jetzt kannst du mal Dings bauen, äh, die... Äh, Pillar mach ich Pillar, logisch. Foundations. Ne, bau die Foundations, weil ich konnte sie jetzt nicht bauen. Das ist das erste, was wir brauchen. Ich hab jetzt Pillar gebaut, nämlich deswegen. Ah, okay. Ja, das geht auch. Dann muss ich dann die Foundations bauen. Ja, mach auch ein paar Foundations. Äh... Craft. Ich muss jetzt mal ein bisschen losziehen und ein bisschen Holz sammeln, eigentlich. Bin ich gerade drin. Nein, ich muss kurz mal auch los sammeln. Ich mein, wenn wir mal zwei sammeln, ist immer schneller. Echt? Wirklich? Nein. Könnte ich aber was anderes machen können, ne? So ist nicht. Habe ich mal jagen gehen können, aber dann sammeln halt. Ah, ich bin so dankbar. Ja, das ist mir immer noch um Kräften, das. Ach. Äh. 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 Ja, die hab ich auch schon gesehen. Hier hat sogar jemand ein großes Haus gebaut. Wieso baue ich denn überall Leute Häuser? Ja, keine Ahnung. Warum machen wir ein Haus? Weil wir überleben wollen. Aber die sind gar nicht auf dem Server drauf, die anderen Schweine. Binnen in der Nacht. Um 3 Uhr. Äh. Wieso wer? Wäre gegangen Platz gefangen, würd ich sagen, ne? Wäre gegangen Platz gefangen, würd ich sagen, ne? Äh. 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 Ja, meine Axt. Beste Taktik, muss ich sagen. Ich hab noch keine Axt. Ja, diese normale Axt.